Abhängen von Ob wir fahren, hängt vom Wetter ab. Achten auf Bitte achte auf den neuen Mantel. Anfangen mit Ich fange mit der Übung an. Ankommen auf Es kommt auf den richtigen Preis an. Antworten auf Bitte antworten Sie heute auf den Brief. Sich ärgern über Wir ärgern uns über den Regen. Aufhören mit Er hört um 17 Uhr mit der Arbeit auf. Aufpassen auf Ein Babysitter passt auf kleine Kinder auf. Sich aufregen über Deutsche regen sich über Unpünktlichkeit auf. Ausgeben für Frauen geben viel Geld für Schuhe aus. Sich bedanken bei Ich bedanke mich herzlich bei dir. Sich bedanken für Martin bedankt sich für das Geschenk. Beginnen mit Wir beginnen pünktlich mit dem Deutschkurs. Sich bemühen um Carla bemüht sich um eine Arbeit. Berichten über Der Reporter berichtet über die Wallen. Sich beschäftigen mit Ich beschäftige mich gern mit Pflanzen. Sich beschweren bei Der Gast beschwert sich beim Kellner. Bestehen aus Eheringe bestehen aus Gold. Bestehen auf Ich bestehe auf sofortige Bezahlung des Autos. Sich beteiligen an Viele Studenten beteiligen sich an den Streiks. Sich bewerben bei Er bewirbt sich bei einer Bäckerei. Sich bewerben um Sie bewirbt sich um eine Stelle als Sekretärin. Sich beziehen auf Meine Frage bezieht sich auf ihr Angebot. Bitten um Der Redner bittet um Aufmerksamkeit. Danken für Sam dankt für Ritas Hilfe. Denken an Maria denkt oft an den Urlaub. Diskutieren über Das Kabinett diskutiert über eine neue Steuer. Einladen zu Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Sich entscheiden für Frauen entscheiden sich gern für Gold. Sich entschließen zu Karl entschließt sich zu einem Studium. Sich entschuldigen bei Mia entschuldigt sich bei ihrem Mann. Sich entschuldigen für Ich entschuldige mich für das Verhalten meiner Tochter v. Erfahren von Heute haben wir von dem Bauprojekt erfahren. Sich erholen von Von dem Schock muss ich mich erst erholen. Sich erinnern an Wir erinnern uns gern an unser erstes Ehejahr. Erkennen an Man erkennt Pinoctio an seiner langen Nase. Sich erkundigen nach Oma erkündigt sich oft nach meinen Plänen. Erschrecken über Die Frau erschrickt über eine Maus. Erzählen über Sie hat lang und breit über dieses Thema erzählt. Erzählen von Der Bischof erzählt von der Reise nach Rom. Fragen nach Er fragt nach meiner Meinung. Sich freuen auf Kinder freuen sich auf Weihnachten. Sich freuen über Jeder freut sich über eine Gehaltserhöhung. Gehen um Immer geht es um Geld. Gehören zu Wir gehören alle zum selben Team. Sich gewöhnen an Ich kann mich nicht an den Euro gewöhnen. Glauben an Teenager glauben an die große Liebe. Graben nach Ich grabe nach Gold. Gratulieren zu Wir gratulieren dir zum 18. Geburtstag. Halten für Ich halte das für keine gute Idee. Halten von Kinder halten nicht viel von Ordnung. Sich handeln um Es muss sich um eine neue Erfindung handeln. Handeln von Märchen handeln von Gut und Böse. Helfen bei Kann ich dir beim Tischdecken helfen? Hindern an Ein langsamer Fahrer hindert Greta am Überholen. Hoffen auf Im März hoffen alle auf warme Frühlingstage. Hören von Ich habe seit Sonntag nichts von Piet gehört. Sich informieren über Ich informiere mich über ein Produkt. Sich interessieren für Monika interessiert sich für ein Smartphone. Klagen über Frauen klagen häufig über Kopfschmerzen. Kämpfen für Die Gewerkschaft kämpft für höhere Löhne. Kommen zu In der Besprechung kam es zu einem Streit. Sich konzentrieren auf Karl konzentriert sich auf seine Hausaufgaben. Sich kümmern um Das Hotel kümmert sich um die Wäsche. Lachen über Über einen guten Witz muss man laut lachen. Schmecken nach Muscheln schmecken nach Meerwasser. Schreiben nach Bitte schreibe noch heute an deine Mutter. Sich schützen vor Der Helm schützt den Kopf vor Verletzungen. Sein für Ich bin für die Abschaffung der Kinderarbeit. Sein gegen Viele sind gegen Steuererhöhungen. Sorgen für Kinder müssen im Alter für ihre Eltern sorgen. Sprechen mit Sprechen mit Ich spreche noch einmal mit deinem Vater. Sprechen über Lass uns über deine Zukunft sprechen. Sterben an Zwei Deutsche sind an der Griffe gestorben. Streiten mit Ich möchte nicht mit dir streiten. Streiten über Wir streiten uns über Politik. Teilnehmen an Nordkorea nimmt an der Fußball-WM teil. Telefonieren mit Hast du schon mit dem Arzt telefoniert? Sich treffen mit Sie trifft sich täglich mit ihrer Freundin. Sich treffen zu Sie treffen sich nur zu einem kurzen Gespräch. Überreden zu Kann ich dich zu einem Glas Wein überreden? Sich unterhalten mit Der Sänger unterhält sich mit dem Bassisten. Sich unterhalten über Sie unterhalten sich über die neuesten Trends. Sich verabreden mit Heute verabrede ich mich mit einer Freundin. Sich verabschieden von Nun wollen wir uns von euch verabschieden. Vergleichen mit Vergleichen Sie München mit Berlin. Sich verlassen auf Auf mich kann man sich verlassen. Sich verlieben in Britta hat sich in das alte Bauernhaus verliebt. Sich verstehen mit Daniel versteht sich gut mit seinem Chef. Verstehen von Verstehst du etwas von Elektrik? Sich vorbereiten auf Karl bereitet sich auf eine Präsentation vor. Warnen vor Ich warne dich davor, den Hund zu ärgern. Warten auf In Namibia wartet man lange auf einen Bus. Sich wenden an Bitte wenden Sie sich an die Buchhaltung. Werden zu Unter 0 Grad wird Eis zu Wasser. Wissen von Ich weiß nichts von neuen Computern. Sich wundern über Eva hat sich sehr über deinen Blumenstrauß gewundert. Zuschauen bei Kann ich dir bei der Reparatur zuschauen? Zu sehen bei Willst du mir beim Kochen zu sehen? Zweifeln an Ich zweifle an der Richtigkeit dieser Theorie. Leiden an Jeder fünfte Manager leidet an Burnout. Leiden unter Kaffeetrinker leiden unter Schlafproblemen. Nachdenken über Beamte müssen nicht über ihre Rente nachdenken. Protestieren gegen Viele Menschen protestieren gegen Atomkraft. Rechnen mit Im Januar muss man mit Schnee rechnen. Reden über Deine Mutter redet gern über Krankheiten. Reden von Großvater redet von den guten alten Zeiten. Riechen nach Hier riecht es nach Kuchen. Sagen über Brigitte sagt über Dietmar, dass er oft lügt. Sagen zu Was sagst du zu meinem neuen Haarschnitt? Schicken an Ich schicke es an ihre Adresse. Schicken zu Der Doktor schickt den Patienten zu einem Spezialisten. Schimpfen über Alle schimpfen über den Regen. Die 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 gehöriger Are Schicksal Wir Wir W Wir 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 W Wir Wir